Grüezi miteinander, ich begrüsse Sie herzlich zu unserem neuesten Immobilienangebot. Heute zeige ich Ihnen ein Neubau-Projekt im Kanton Zürich, einer von den härtesten umkämpften Standorten in der Schweiz. Es liegt im beliebten und stark wachsenden Döstal nur wenige Minuten ausserhalb von Winterthur. Es ist ein besonderes Objekt, das wir bereits vor Baubeginn für Sie haben sichern können. Was das für Vorzüge hat, schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Mit dem Kauf einer Liegenschaft in der frühen Bauphase könnten wir einen sehr guten Preis realisieren. Zudem hat der Verkäufer eine Abnahmegarantie von Crowdhouse und bekommt damit bessere Finanzierungskonditionen. So entstehen Preisvorteile, von denen Sie direkt profitieren können. Es ist auch davon auszugehen, dass der Wert der Liegenschaft bereits mit der Baufertigstellung über dem Kaufpreis liegen wird. Damit ist mit einer soliden Wertentwicklung zusätzlich zu den Mietertragsrenditen zu rechnen. Neben den finanziellen Überlegungen kommen weitere Vorteile für Sie dazu. Crowdhouse begleitet den Bau seit dem spaten Stich als Bauherrenvertreter und sorgt dafür, dass der Zeitplan und die Qualität des Ausbaus eingehalten werden. Das Risiko von Baumangel und Verzögerungen wird so minimiert. Neben dem machen wir auch die Erstvermietung des Objekts. Weil wir die Erstellung eng begleiten, können wir das Projekt in- und auswendig. So ist es deutlich einfacher, die Wohnungen ab Plan schnell zu vermieten. Übrigens haben wir erst kürzliche ähnliche Transaktionen im Kanton Aargau mit grossem Erfolg und enorm hoher Nachfrage in der kürzesten Zeit finanzieren können. Kommen wir jetzt zum Gebäude selbst. Unsere aktuelle Liegenschaft ist das Haus C mit 8 Wohnungen und 10 Parkplätzen in der Tiefgarage. Sie gehört zu der Überbauung Lindenweg, die von der renommierten GADUF-Architekten AG gebaut wird. Bei der ganzen Überbauung wird grosser Wert auf die Nachhaltigkeit gelegt. So werden alle Gebäude mit Energie P zertifiziert. Das bedeutet unter anderem, dass sie hohe Anforderungen hinsichtlich Energieverbrauch, Isolation und Belüftung erfüllen und über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach verfügen. Natürlich haben alle Mehrfamilienhäuser einen Lift. Auch als Neubau fügt sich die Überbauung nahtlos ins Ortsbild ein. Der Aussenbereich wird attraktiv gestaltet mit vielen grünen Flächen und einem Spielplatz. Die Fertigstellung ist auf das Frühjahr 2023 geplant. Auch drinnen erwarten die Mieter eine hochwertige Wohlfühlohase im Eigentumsstandort. Mit allen Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann. Das fängt bei den modern ausgestatteten Küchen und Bädern an. Weiter geht es mit Bodenheizungen, eigenen Wäststürmen und elektrischen Storen. Und bei den dreifach verglausten Feister und dem Einbauschrank im Eingangsbereich hört es nochlich auf. Ein besonderes Highlight sind nämlich die grosszügigen Aussenbereiche. Je nach Einheit sind die gut und gern so gross wie anderen Orten eine ganze Wohnung. Trotz dieser attraktiven Ausstattung bleiben die Mieten bezahlbar. Sie bewegen sich rund um das 50%-Quantil. Das Mehrfamilienhaus befindet sich in der Zürcher Gemeinde Zell im östlichen Ortsteil Renusmühli. Es liegt direkt am Waldrand und in G-Distanz zu der Töss. An der Lage im ruhigen Wohnquartier gibt es kaum Verkehr und gegenüber liegt die Primarschule mit Kindergarten. Und auch für die Sekundarschule hat es den Nachwuchs nicht weit. Das Schulhaus steht im angrenzten Ortsteil Rikon. Nur 700 Meter trennt die Überbauung zudem vom Bahnhof. Der Standort des Objekts überzeugt. Zell ist eine attraktive Gemeinde mit höherer Lebensqualität. Seit 2015 ist die Bevölkerung hier um satte 10,5% gewachsen, auf aktuell rund 6'300 Einwohner. Das ist ein dreimal grösseres Wachstum als in der Gesamtschweiz. Dementsprechend ist auch hier der Leerstand enorm tief. Mit nur 0,24% liegt er weit unter dem Schweizer Durchschnitt. Das ist neben der schönen Lage im Grünen vor allem auf einen ganz wichtigen Faktor zurückzuführen. Nämlich die Nähe zu Winterthur. Die zweitgrösste Stadt im Kanton Zürich ist ein wichtiges Wirtschaftszentrum mit über 74'000 Arbeitsplätzen und unter anderem dem Hauptsitz der Sulzer AG. Der Industriegigant produziert zwar nicht mehr in Winterthur, doch die alten Fabrikhallen werden weiterhin genutzt. Wo früher die Grossindustrie zu Hause war, gibt es heute beliebte Quartiere mit angesagten Restaurants und Bars. Die Stadt Aderteuse hat von diesem Wandel profitiert und sich parallel als bedeutender Bildungsstandort entwickelt. Zahlreiche Institutionen bieten Aus- und Wertebildungsmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen an. Die Zelle liegt im Osten des Kantons Zürich rund 8 km von Winterthur weg. In nur 20 Minuten ist man mit der S-Bahn ohne Umstieg am Winterthurer Hauptbahnhof. Mit dem Auto geht es eine knappe Viertelstunde. Auch die Autobahn A1 erreicht man in der gleichen Zeit. Mit dieser Überbauung bieten wir Ihnen eine exklusive Anlagemöglichkeit, wie Sie sonst nur institutionelle Investoren kennen. Um Immobilien so früh im Zyklus sichern zu können, braucht es eine ausgezeichnete Reputation und seriöse Partner, die mit einem zusammenarbeiten. Durch den attraktiven Kaufpreis ist es mehr als wahrscheinlich, dass bereits zum Erstbezugsdatum ein Buchgewinn zugunsten der Eigentümerschaft entsteht. Bis dahin parkieren Sie Ihres Kapital ohne Negativzins und profitieren vom Grundbucheintrag als Miteigentümer. Der Neubau wird von einem namhaften Entwickler im hochwertigen Eigentumsstandort realisiert. Mit der Lage im Kanton Zürich und seiner Lage ganz nahe an Winterthur ist es sehr attraktiv. Die Zelle ist ideal erschlossen und der tiefe Leerstand unterstreicht die Stärke der Gemeinde als Immobilienstandort. Jetzt wurde Ihr Interesse an diesem Deal sicherlich geweckt. Wenn Sie schon überzeugt sind, können Sie wie gewohnt die Investitionsunterlagen direkt über unsere Plattform anfordern. Wenn Sie noch Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns jederzeit unverbindlich. Ich und mein Team helfen Ihnen sehr gerne weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.